Ich habe meiner kleinen Schwester so Raupen gekauft und das sind jetzt Schmetterlinge geworden. Und jetzt lassen wir sie raus. Bist du traurig? Nein. Tschüss. Wow. Du bist frei. Tschüss. Ich möchte wieder Leidentun, weil er mag ich. Und. Oh. Da. Und der Buddy will noch ein bisschen auf mir bleiben. Oh, er geht auf deine Backe. Äh, ich will Schirrli. Du wolltest ihn auf der Schulter haben. Schirrli. Ja, das sind die zwei Letzten und die wollen irgendwie nicht fliegen. Ja, wirklich. Aber der ist noch zu um, glaube ich. Dafür, weil er ist...